Da, wo es eigentlich sicher sein soll, wird es manchmal richtig gefährlich. Ich wäre schon beinahe fast überfahren worden. Risiko Zebrastreifen. Das A und O für einen sicheren Zebrastreifen ist, dass man sich gegenseitig sieht. Marktcheck klärt auf. Dienstag, 20.15 Uhr. Und danach? Kassen- oder Privatpatient? Wer ist besser dran?